Last Christmas I gave you my truck. Ja Wahnsinn! Ist denn schon wieder Weihnachten? Ja, in der Tat. Und Heiligabend fällt dieses Jahr auf den 24. Dezember. Und daher ist Baumschmücken angesagt. Aber wir Trucker, wir schmücken keine Bäume. Wir wollen mehr. Wir nehmen uns gleich den ganzen Auflieger vor. Und daher zur rechten Zeit am rechten Ort der KRONE Christmas Liner. Die Kombination vom Angenehmen mit dem Nützlichen. Aber sehen Sie selbst. Das beste Beispiel dafür ist diese güldene Schleife. Einmal ums gesamte Fahrzeug herumgeschlungen, sorgt sie nicht nur für vorweihnachtliche Stimmung, sondern dient gleichzeitig als Zollschnur für das Tierzertifikat. Ist aber eben auch festliches Gewand, das das Auge verwöhnt. Und das Truckerschnitzel schmeckt ja auch besser, wenn das Salatblatt und das Gürkchen einen dekorativen Rahmen bilden. Klarer Nachteil der Schleife, sie erschwert das Öffnen der Hektür. Die gleiche Ambivalenz mit der illuminierten Lichterkette. Oben am Aluminium-Außenbaum drapiert, ist die Deko und Warnung zugleich. Markiert sie doch dem Staplerfahrer. Gut sichtbar die Begrenzung der seitlichen Beladungshülle. Und Sie erinnern sich bestimmt noch an L'Oreal in seiner Rolle als Opa Hoppenstedt und seine Beschwerde. Früher war mehr Lametta. Aber nicht so beim KRONE Christmas Liner. Ob als Schmutzfänger oder als Einstecklatte in Lametta Optik, wahlweise in Silber oder Gold. Da vorlockt die Trucker-Seele und die ansonsten so strengen Jungs von Polizei und BAG intonieren, Halleluja. Seitenmarkierungen als Rentiergeweih, Kunstschnee auf dem Kennzeichen als Radarkiller und die Rudolfs-Rednose-Zugmaschine runden das Bild ab. Das gesamte Team von KRONE TV wünscht Ihnen eine sehr besinnliche Weihnachtszeit. Ho Ho Ho!